Wenn ich hier so ein großes Fenster reinmachen will, so. Natürlich toll, aber das ist alles blöd. Auch wieder. Um ehrlich zu sein. So. Müsste ich eigentlich hier direkt so ein Dings haben. Hm. Müsste hier mal. Habe ich die noch? Ja, die habe ich noch. So. So machen wir mal das hier. Ähm. Das ist glaube ich ein bisschen besser. Und dann müsste ich mal Fichten. Wie laufe ich hier schon wieder? Ach, jetzt wollte ich da rein. Da komme ich natürlich nicht runter. So. Hier muss ich lang. Ich habe einen Riesenumweg. Doch, ich bin einen Riesenumweg gelaufen. Stimmt. Okay. Okay. Fichtenholz brauche ich einmal. Man sieht das schon wieder nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Ist natürlich praktisch, wenn es scheiße aussieht. Ach ja. So, Fichtenholz haben wir noch. Komm, ich mache mal alles hier. So. Okay, die mal da hin und so. Und dann werde ich die mal da anbringen. Mal gucken, ob das so gut aussieht. Doch, von hier aus sieht man es auf jeden Fall. Äh. Hier muss ich hoch. So. Hups. Hups. Oder ich mache. Ich mache das weg. Und mache da doch wieder halt. Treppen. Oder ich mache die Treppen halt so hier hin. Ist glaube ich sogar besser. Du auch weg. Treppe. Da. So hin. Okay. Und jetzt so. Jetzt bin ich umsonst da losgelaufen, um die Holzblöcke zu holen. Ach, Mist. So. Jetzt kann man natürlich da wieder keine Fensterscheiben anbringen, weil sonst das so. Näää. Weil die gehen ja nicht an die Dinger ran, glaube ich. Und ich habe auch überhaupt keine Fensterscheiben, natürlich. Dann muss ich, glaube ich, doch einen Block hier hin machen. Damit ich dann die Fensterscheiben da auch setzen kann. Hat. Stimmt, deswegen hatte ich den ja auch da hingemacht. Ach, Mann. Ich weiß schon selber nicht mehr, was ich mache. Ach ja. Und wie sollt ihr denn das nur nachvollziehen können dann? So. Hat. Hier lang. Und ich brauche immer Fensterscheiben. Sieht man von hier was? Von da sieht man was? Da könnte ich, glaube ich, auch... Ach so. Gut. Ähm. Könnte ich, glaube ich, auch... Äh. Hat. Erstmal brauche ich Glasscheiben. Wo könnten die denn sein? Höh. Hier nicht. Hier müssten die wahrscheinlich sein. Hier sind Glasscheiben. Gut. Nur elf Stück. Könnte reichen. Äh. Fichtenholzstufen wollte ich noch machen. Hier waren auch gerade... Hier war auch gerade ein Crafting Table, aber den habe ich natürlich nicht... Ach, das ist... Äh. Fichtenholz... Einmal die. Sechs Stück sollten auch reichen. Erstmal. So. Und wieder was futtern. Das ist auch bald alle. Muss ich auch bald was Neues machen. So anstrengend, das Bauen hier. Ach ja. Aber total anstrengend. Echt mal. So. Äh. Hier muss ich hoch. So. Und hier machen wir mal das. Und hier mal diese Stufen hin. Wie sieht das jetzt aus? Ich glaube ein bisschen besser, ne? Und dann hier mal die Glasscheiben hin. So. Hier ist noch ein Grafikfehler. Hm. Naja. Ja, aber man kann rausgucken. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon nicht allzu schlecht, wenn man mal rausgucken kann. So. Kann man schön auf den Baum gucken. Ach wie toll. Die Bäume da vorm Fenster sind. Die sind eigentlich auch viel zu hoch. So. Hier wollte ich das nicht eigentlich auch noch höher machen? Naja, ne? Eigentlich schon. Und hier müsste ich dann halt... Äh. Einer zu viel. Wie komme ich denn jetzt da... Äh. Was ist denn das hier? Wer hat denn das hier so komisch gebaut? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ich wahrscheinlich. Ähm. So. Komme ich ja auch gar nicht hoch, ne? Hier, so geht das nicht. Nee. Das sieht auch gerade so schön aus. Da mit dem Fichtenwald. Und Schnee bedeckt. Ach. Wie toll. Eigentlich, ne? Eigentlich ist das wirklich toll. So. Hier kommt man, glaube ich, hoch. Wenn ich jetzt so mache... Müsste ich aber hier, glaube ich, anfangen mit der Treppe. Äh. Äh. Noch einen vorher. Nee. So. So. Und... Nee. Geht immer noch nicht. Noch weiter vorne anfangen mit der Treppe, glaube ich. Oder ich mache es halt genau andersrum. Oder ich mache die Treppe halt so rum hier hoch. Das geht natürlich auch. Das ist aber blöd. Ähm. So. So. Äh. So. Ich mag nämlich keine Leiter haben hier eigentlich. Äh. Die Deko-Treppe. Äh. Die Deko-Dings. Kann weg eigentlich. Wie gesagt, ist ja nur Dekoration. Äh. Hier halt... Eine Stufe hin. Und... Hier das hin. So. Und hier müssen wir dann natürlich noch... So. So. Und hier so. Und hier geht es dann, glaube ich, wieder runter, ne? Irgendwie. Auf der Seite. Ja. Autsch. Oh. Hops. Äh. Das fehlt. Halt. So. Treppe. Treppe. Und hier. Hier müsste ich dann noch halt... Jetzt müsste ich alles umbauen hier. Die müsste auch weg. Die hier auch. Die auch. Die auch. Die auch. Die auch. So. Und dann könnte ich hier eigentlich nur noch... Ja, jetzt kommt man hier so komisch hoch und dann... Hm. Hier, wie sieht es denn hier mit dem Ausblick eigentlich aus? Ist der besser? Ja, ein bisschen. Oder in diese Richtung. Wie sieht es hier aus mit dem Ausblick? Ach, der ist schöner, glaube ich, oder? Ja. Doch, kann man so. Würde ich sagen, ich mache hier wieder so ein Fenster rein. Halt. Mit dem hier. Und... Hier kommen jetzt... Die Blöcker hin. Blöcke. So, hier liegen schon wieder 10.000 Treppen rum. Hier der hin. Moment. So. Und... Ist das überhaupt richtig? Müsste ja jetzt ein größer sein, ne? Ich glaube, das... Ist das ein größer? Weiß das nicht. Hier ist so, so. Doch, das könnte richtig sein. Ich kann jetzt hier überall rumlaufen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm. Hier kämen dann auch noch Glasscheiben rein, natürlich. Ist ja klar. Und hier muss wieder zu. Moment. Äh. Treppe. Scheiße. Mäh. Ist auch noch falsch rum. Versuch mal so eine Treppe richtig rumzusetzen. Ach Mann. So. Jetzt aber. Äh. Wo ist die gelandet? Keine Ahnung. Ich gehe mal wieder rein. So. Das Bett muss ich dann genau andersrum hinstellen, dass man da rausguckt. So. Bett. Da bist du. Hit. So. Äh. Dann kann man da rausgucken. Ist doch auch nicht schlecht. Da fehlt halt noch eine Scheibe. Sonst fällt man da auch raus. Was ein bisschen unpraktisch wäre. So. Hier sieht's... Wie sieht's da aus? Ja. Pff. Ne. Da kann man, glaube ich, so lassen. Ich weiß das nicht. Ich gucke jetzt mal von hier. Autsch. Ich hätte ins Wasser springen sollen. Hatte ich, glaube ich, auch vor. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, wenn da jetzt noch keine Scheibe ist. Irgendwie. Wie fehlt da noch ein bisschen? So kann man da halt so komisch reingucken. Äh. Hier muss ich nochmal hoch. Moment. So. Und, äh. Was ist denn das hier? Ach. Hm. Keine Ahnung. Hier könnte man auch noch was reinpacken. Irgendwas. Oder einfach zu. So. Der auch einfach zu. Weiß ich nicht. Halt, wo war denn das? Hier hinten hab ich zugemacht, ne? Ja. Was ist denn hier? Hm. Keine Ahnung. Lohnt sich das, da irgendwas reinzumachen? Vielleicht eine Truhe? Nee. So. Kommt man hier hoch. Hier könnte ich eine Truhe hinstellen und hier zubauen. So. Zu. 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 So. Hier ging's dann nach oben irgendwie. Bestimmt. Ja. Doch, ne? Hier müsste ich eigentlich auch mal so. Wenn ich das so mache. Ist natürlich jetzt blöd da. Nee. Komm. Ich lass das einfach mal offen. So. Wollte ich da noch eine Tür reinmachen vielleicht. Aber das geht ja gar nicht so richtig. So. Hier kommt man hoch. Mir fehlen jetzt natürlich... Eine Glasscheibe fehlt mir jetzt. Ich kann schon mal fünf anbringen hier. Da muss natürlich noch eine hin. So. Hier müsste noch... Muss ich mal gucken, wie ich da noch Truhen oder sowas anbringen kann. Aber eigentlich... Eigentlich müsste das Bett noch ein nach hinten. So. Das ist natürlich blöd. Ähm. Und hier hinten weiß ich nicht, was man da... Hier könnte man noch einen Blumentopf hinstellen oder so. Hier müsste eigentlich ein Gitter hin, dass man nicht runterfällt. Einen Zaun. Hab ich noch einen Zaun? Ja, ich hab noch einen Zaun mit. Hey. Wie sieht das denn aus? So sieht das denn aus. Ist natürlich ein bisschen beengt. Oh. Ich kann sogar hochspringen hier. Äh. Man kann trotzdem runterfallen. Tja. Ich lass den Zaun einfach... Mein Gott. Ist halt nicht ganz sicher. Aber was sonst. So. Wir müssen ja nicht alle geltenden Bauvorschriften einhalten. Das geht ja auch kaum mit Minecraft. So. Okay. Hier. Wenn ich jetzt hier die hinmache. Warte mal. Wenn ich jetzt die hinmache. Komme ich denn trotzdem noch... Nee. Komme ich nicht runter. Okay. Ach ja. Stimmt. Geht ja. Kann ja nicht. Okay. Ist klar. Ähm. Ich hab noch ganz viele Truhen. Wo stelle ich die denn hin? Stelle ich die einfach hier hinten so hin? So einfach da. Nee. Ist auch blöd. Mann. 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 Ja. Es ist alles ein bisschen suboptimal hier. So. Hier kommt man auf jeden Fall hoch. Das ist gut. So. Und hier kommt man auch wieder runter. Und da fehlt halt auch noch eine Glasscheibe. Die muss ich auch nochmal holen. Halt. Hier lang. Hier lang. Da fehlen auch noch Türen. Die muss ich auch noch machen. Warum eigentlich? Warum habe ich da keine Türen gemacht? Weiß ich nicht. Vielleicht waren wir das Holz ausgegangen. Kann ich mir auch gerade nicht erklären. Äh. Hab ich denn hier noch Türen? Zwei hab ich noch. Ey. Das reicht ja genau. Ist ja passend. Naja. Für außen fehlt dann noch trotzdem noch welche. Ach Mist. So. Die kann ich mal zusammen packen. Äh. Türen wollte ich mitnehmen. Türen wollte ich mitnehmen. Die packe ich mal da rein. Die packe ich mal da rein. Äh. Dinger. Die beiden Werkbanken da. Werden die da hin gemacht. So. 64 Glasscheiben sollten reichen. So. Das Glas hier wieder rein. Die hier rein. Und eine nehmen wir mal mit. So. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt geht's wieder. Wird schon wieder. Nee. Das wird nicht dunkel. Wie komm ich denn da drauf? Apropos. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Äh. Eineinhalb Stunden? Nee. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. So. Hier Tür. Hier. Tür. Und hier kommt man dann raus. So. Ja. Ist ganz praktisch. Wobei eigentlich auch nicht. Ach egal. So. So.